Guten Tag miteinander. Heute haben wir bereits Episode 9 von «Head Start» mit etwas ganz Schweizerischem. Alain Mettler von «Attimo» ist bei uns und wird uns seine Shockey ein bisschen näher bringen. Wie wir vorher im Intro schon gehört haben, ist heute Alain Mettler bei uns auf Besuch. Bei ihm dreht sich alles um Shockey. Alain, hast du den Weg gut zu uns gefunden? Ja, super. Wir hatten unser Büro am Anfang ganz hier in der Nähe. Von daher habe ich das super gefunden. Ein bisschen Verbindung mit der Region? Ja, absolut. Das ist natürlich immer gut. Sonst wärst du mit Sparko. Nein, absolut. Klar nicht. Alain, lebst du den Schweizer Traum? Ich meine, wir verbinden uns immer mit Schockey. Du arbeitest mit Schockey. Würden Ausländer das vielleicht genau so sehen? Ja, es ist sicher ein Traum. Für mich definitiv mit Schockey zu arbeiten. Ich sage gerade jetzt mit einer Qualität, die wir auch versuchen zu erreichen. Es ist sicher jeden Tag ein Traum. Jeden Tag ein Abenteuer. Für uns ist es sicher so. Ob das ein Aussenstehende auch so würde beurteilen, das ist dann jedem selber überlassen. Für uns ist das sicher jeden Tag wieder ein neues Abenteuer und etwas, das wir auch mit Widerschaft sehr gerne machen. Okay. Du hast mir schon gesagt, du bist 300 Meter von einer Schocke-Fabrik aufgewachsen. Willst du vielleicht von dort aus ganz kurz den Werdegang beleuchten, damit die Leute auch wissen, wer ist der Alain Mittler überhaupt? Ja, sehr gerne. Eben, wie du schon gesagt hast, ich bin 300 Meter wirklich Luftlinie aufgewachsen. Du kannst dir das so etwas vorstellen. Es ist wie bei den Bäckereien. Wenn es frisches Brot gibt, dann schmeckt man das Brot. Bei mir war es dann einfach die Schocke. Rückblickend war das sicher ein wichtiger Startpunkt, auch die Verbindung zu haben. Ich habe dann meine Karriere gestartet im gastronomischen Bereich. Ich habe damals eine Kochlehre gemacht, in einem guten Hotel im Berner Oberland. Ich hatte dann auch weitere Stationen in der Stadt Zürich, in einem guten Hotel. Ich habe dann aber schon gewusst, dass ich mich auch weiterbilden möchte, dass ich weiterkommen möchte. Dass das Studium sicher auch wichtig für mich ist, um den wirtschaftlichen Teil vielleicht auch noch ein bisschen zu stärken. Ja. Ich habe die Berufsmaturen gemacht, die Hotelfachschule in Lausanne dann angehängt, nachher die Möglichkeit hatte, im Bereich Consulting, auch Unternehmensberatung zu arbeiten. Und dort hat sich das eigentlich alles in die Rolle gebracht. Und dann ist der Moment gekommen, wo sich so ein bisschen alle Steine verbunden haben und dann hat die Modus entstanden. Okay, also hast du eigentlich wirklich schon von Anfang an immer ein bisschen um Essen und Business Development gegangen, die allem, die du gemacht hast? Ja, das ist so, genau. Und dann, was sicher auch noch dazu gekommen ist, eben der gastronomische Teil plus B2B. Ich hatte ja das Glück, jetzt im Nachhinein, dass ich in allen Stationen, wo ich eigentlich war, immer viel mit Firmen zu tun hatte. Ja. Auch dann gemerkt habe, was sind vielleicht die Herausforderungen, die diese haben. Was sind vielleicht die Möglichkeiten, wie man die Unternehmen auch unterstützen kann. Und das ist natürlich alles auch in diese Produktentwicklung dann schlussendlich mit eingeflossen. Und das ist sicher auch ein sehr wertvoller Aspekt von unserem Unternehmen natürlich auch. Okay. Jetzt hast du in deiner Ausbildung oder an der IHL irgendwie auch mit Schocki so zusammengearbeitet oder ist das eher durch etwas anderes entstanden, eigentlich solche Leidenschaft? Ja, ich habe lustigerweise, während der IHL hat man ein Praktikum, das man macht. Ich habe das damals bei der Lufthansa Gruppe gemacht in Frankfurt, im Bereich Corporate Marketing und Vertrieb. Und dort war es so, ich hatte eigentlich die Verantwortung, im Bereich Business First Class ein neues Produkt zu finden, Schocki, wo wir unseren Gästen dann haben wollen. Und ich habe gesagt, hey, in der Schweiz, es gibt so viele Schocki-Anbieter, kein Problem. Ich gebe euch fünf verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben dann wirklich, lustigerweise, nicht das gefunden, was wir gesucht haben. Eben der innovative Approach, der verbunden ist, auch mit einer nachhaltigen Produktion. Und so ist das entstanden. Und dann habe ich gesagt, hey, look, ich habe diese Connections, ich habe den Hintergrund auch im Bereich Lebensmittelentwicklung. Und dann haben wir angefangen, so große Produkte entwickelt und haben gemerkt, dass es funktioniert. Und da hat die Nachfrage auch gesteigt und so ist es eigentlich dann angelaufen. Das war dann schlussendlich der Start. Okay, sehr interessant. Also schlussendlich eigentlich über eine Airline blöd gesagt, bist du dann zu dem gekommen, was du jetzt machst. Absolut. Was mich jetzt aber da wirklich noch über Wunder nehmen, also ich stelle mir jetzt das auch relativ einfach vor, einen passenden Lieferanten zu finden für Schocki in der Schweiz. An was liegt das, dass man dort nichts gefunden hat in diesem spezifischen Fall? Ja, ich glaube, du hast so ein bisschen beides. Also du hast auf der einen Seite natürlich die grossen Unternehmen, die gewisse Massen auch produzieren, die sicher auch ein gutes Produkt produzieren. Und dann hast du halt die kleinen Anbieter, die viel handgemacht ist, eine hohe Qualität natürlich auch dahinter ist. Du hast aber nichts zwischendrin, wo einer sagt, hey, wir haben viel handgemachte Qualität, wir machen vielleicht einen innovativen Approach, wo wir sagen, wir gehen ein bisschen weg von Milch, dunkel und weisse Schockis, sondern wir machen mal etwas Neues. Und das auf handgemachter Qualität, aber auch die Möglichkeit, das entsprechend auf dieser Qualität anzubieten, dass es dann eben für die Unternehmen auch interessant ist. Und was dort noch dazu kommt, wir machen ja nicht rein Schocki, sondern wir bieten eigentlich eine hundertprozentige Personalisierung an. Das heisst, du kannst bei uns Boxen, Grösse, Struktur, das Material, du kannst das eigentlich komplett auf ein Unternehmen anpassen. Und das ist sicher jetzt bei uns ein wichtiger Vorteil, den wir vielleicht auch gegen von unseren Konkurrenten haben, dass du wirklich die Individualisierung auch hast, die immer wichtiger wird, auch in Unternehmen natürlich. Okay. Also bei euch ist es eigentlich wirklich, die Schocki, die ihr verkauft, ist für den B2B-Bereich und komplett tailor-made eigentlich. Genau. Wir haben also zwei Arten. Ich habe vereinfacht gesagt, wir haben so Signature-Boxen. Das sind Boxen, die sich ein gewisses Mass personalisieren lassen, und dann aber auch wiederverwendbar sind, sind sie schnell verfügbar. Und dann haben wir eben die Taylor-Made-Geschichten, wo wir sehr, sehr viele Projekte auch jetzt machen konnten. Eben wie ich gesagt habe, weil es einfach ein Bedürfnis ist auch von den Leuten, als Unternehmen etwas zu bieten, was halt niemand anders macht. Und das ist das genau. Okay, bevor wir noch etwas tiefer in den Markt hineingehen, vielleicht schnell für den Zuschauer. der Attimo ganz kurz erklärt. Einfach als Roundup. Wer sind ihr? Was macht ihr genau? Das haben wir jetzt schon zu einem Teil gehört. Kannst du uns da einen ganz kleinen Einblick geben? Ja. Also vereinfacht eben. Wir sind eigentlich Schoki-Consulting, sage ich mittlerweile, weil natürlich noch viel mehr daran hängt, als jetzt nur Schoki als Produkt, was natürlich sehr wichtig ist. Die Consulting ist einfach der Beratenteil, weil wir die Unternehmensunterstützung, je nachdem, was sie für ein Thema haben, dass wir das passende Produkt finden oder entsprechend auch herstellen. Wir haben eben eine eigene Produktion, eine eigene Distribution. Wir machen alles in-house. Vom Design zur Produktentwicklung, zu den innovativen Geschichten. Themen, wo wir vielleicht sagen, wir sind nicht Experten, haben wir gewisse Leute, wo wir zusammenarbeiten. Aber es ist uns sehr wichtig, dass wirklich alles aus einer Hand kommt. So vieles wie möglich regional auch passiert. Lieferanten auch das sind die Punkte, die uns ausmachen und wirklich ein innovativer Spirit innerhalb von Team. Und die Schoki, die wird in-house bei euch produziert oder geht das über noch Dritte schlussendlich? Wir haben, das ist lustig, also wir haben eigentlich ein Atelier, so einen innovativen Hub. Also so wie Charlie und die Schokolade. Ja, es ist wirklich so, wo man eigentlich schlussendlich so wirklich den kreativen freien Lauf lassen kann, wo man teilweise auch Sachen, die dann vielleicht nicht schlussendlich realisiert werden. Aber ich glaube, das braucht es manchmal. Wir haben dann aber mittlerweile, jetzt gerade im Stadium, wo wir jetzt sind, einen Produzent, der von uns produziert. Der produziert aber anhand von unseren Rezepturen. Das heisst, der bekommt eigentlich ein Handbuch, wo alle Schritte wirklich ganz detailliert dokumentiert sind und setzt das dann sozusagen für uns um. Dass wir das auch in der, sagen ja, die Entwicklung ist alles, was wir eigentlich Inhouse machen, aber dann braucht man natürlich eine gewisse Unterstützung, auch gerade in dieser Menge, das können in dieser Qualität natürlich auch darzubilden. Okay, ja, das ist natürlich super. Also ich denke, so wird man wahrscheinlich auch ein wenig Kosten sparen, an gewissen Enden, wenn man nicht alles jetzt, sage ich mal, selber produziert. Ja, und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, es sind natürlich sehr viele kurzfristige Sachen auch. Ja. Es ist sicher auch ein Zeitfaktor, wo man dort, wie du richtig gesagt hast, ein Kosten- und Zeitfaktor, wo man dort sicher spart. Plus die Expertise, die dort vielleicht noch zusätzlich dazu kommt, wo wir uns auch immer austauschen innerhalb der Industrie, wo das alles ganz wertvolle Inputs sind, die dann schlussendlich unser Produkt machen. Bei der Entwicklung von einem neuen Produkt, sage ich mal, bist du da an vorderster Front mit dabei, am Tüfteln oder überlässt du das anderen, die voll auf das spezialisiert sind? Ja, also ganz am Anfang war das schon so, wo wir eigentlich mit Zuhause angefangen haben, also ganz seit den Anfang, so wirklich, wie kann man sich das vorstellen? Mittlerweile ist das natürlich so, haben wir das alles professionalisiert, auch vom ganzen Setting, mit dem Innovation Hub, und da haben wir Leute, die dabei sind, ich bin aber auch immer noch involviert, gerade in den Geschmacksthemen, basieren natürlich auch vom Hintergrund, den ich kann, von der gastronomischen Seite. Wir sind dort aber mittlerweile ein vierköpfiges Team, bei dem sich um die Geschichte kümmern bei uns. Okay. Vier, das sind die, die sich wirklich um Entwicklung kümmern, oder ist das das gesamte Team von Atimo? Nein, das ist nicht das gesamte Team. Also wir sind eigentlich zwei Co-Founder. Ja. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen. Wir haben aber jetzt Leute, die einerseits im Vertrieb arbeiten, Leute, die in der Produktion arbeiten, vier Leute, die sich Produktion und neue Produkte kümmern. Und so setzt sich das so ein bisschen zusammen. So verteilt sich das und dementsprechend hat sich auch mein Aufgabebereich über die Zeit verändert, natürlich. weil man nicht mehr, ich sage jetzt, in jedem Schritt selber auch kann, in dem Ausmaß involviert sein, wie man es vielleicht am Anfang gewesen ist. Aber wir haben da eben Leute, oder uns ist das wichtig, Leute, die den gleichen Spirit haben, den gleichen Hunger, kreativ sind, innovativ denken. Und so kann man sich den einen auf den anderen verlassen. Und dann gibt es sicher, schau mir das Produkt an, das Endprodukt, aber sicher nicht mehr jeden Schritt, wo man jetzt wirklich auch im Gremium zusammensitzt. So ist das, okay. Jetzt bei dir ist es auch so gewesen, du hast ja nebenbei eigentlich angefangen mit dem Ganzen, du hast noch einen Job damals, als das Atimo gestartet hat. Ist das die richtige Entscheidung schlussendlich? Absolut, also ich würde es jeden Tag wieder machen. Jetzt eben auch rückblickend ist es sicher auch nochmal anders zum anschauen, aber ich würde eigentlich jeden Schritt nochmal gleich machen. Es braucht einen gewissen Mut natürlich auch, sehr fest in einem Job gewesen. Was mir sicher ein bisschen entgegen kam, ist eben, dass dann die Nachfrage auch gestiegen ist, dass man eigentlich schon gesehen hat, es funktioniert. Das gibt einem so ein bisschen ein besseres, man schläft besser dann am Abend, aber man hat natürlich dann noch keine Garantie, oder? Aber das ist sicher absolut, ja, ich kann es jederzeit wieder machen. das ist schön, wenn man so zurückschauen kann, auf die Startphasen eigentlich. Jetzt eine Frage, ich muss diese immer stellen, weil es nimmt mich irgendwo durch, auch Wunder, und das ist halt momentan einfach omnipräsent, das ganze Thema um unser schönes Coronavirus. Inwiefern hat das euer Geschäft beeinflusst? Hat das einen Riesenimpact gehabt, oder kommen die da relativ gut durch? Nein, das hat sicher bei uns auch einen Impact gehabt, das ist ganz klar. Der grösste Teil, was wir im Firmengeschäft machen, hat man am Anfang gesehen, alle Firmen, die mal vorsichtig sind. Wir hatten das Glück, dass wir viele Firmen haben, die auch fortlaufende Projekte haben, wo wir sicher noch Arbeit hatten, viele grosse Projekte leider, die sich jetzt verschoben haben, die jetzt glücklicherweise wieder startet. Das heisst, wir haben es sicher gemerkt, aber wir sind gleich zufrieden, wie das letzte Jahr gelaufen ist. Aber eben, man weiss nicht, wie sich die Situation noch weiter bewegt oder was da noch kommt. Von dem her, ich glaube, wir sind gut aufgestellt, aber sicher kann man sich schlussendlich müh sein. Ja, ich glaube, schlussendlich ist es wirklich einfach das was dranbleiben und das, was man macht, so gut machen wie möglich. Absolut. Und dann kommt es hoffentlich gut. Aber eine Sicherheit gibt es natürlich leider Gottes nie ganz. Jetzt, ähm, am Anfang, als ihr gestartet habt, wie ist das genau gewesen? Sind ihr dort eigentlich wie ein Verkäufer auf potenzielle Partner zugegangen? Oder haben ihr da von Anfang an irgendwie online Anfragen generiert? Oder wie sind ihr das angegangen? Wie habt ihr euch das Produkt am Mann gebracht? Also, ganz am Anfang, das ist jetzt eben wieder der Vorteil. Also, wir beide Co-Founders sind eigentlich aus dem B2B-Bereich. Das heisst, wir haben ein gewisses Netzwerk an türkern Kunden schon gehabt, wo auch eine gewisse Vertrauensbasis da war. Ja. Vielleicht auch Produkte, die auch an Hand an den Kunden entstanden sind, wo wir dann gewusst haben, hey, es passt zu Kunden XY. Das ist sicher, am Anfang haben wir viel davon profitiert. Und dann ist es natürlich wirklich auf Leute zugegangen. Wir haben auch am Anfang viele Events, die wir besucht haben. Dann geht es auch darum, das Produkt mal zu präsentieren, dass die Leute auch die Möglichkeit haben, auch mal zu probieren. Was ist vielleicht anders? Was ist der Hintergrund? Fragen stellen? Und dann ist es eigentlich auch ein klassisches Business Development, das bei uns sicher auch dann noch dazu kommt. Genau. Okay. Und so eure Hauptkundengruppen, das sind eigentlich KMUs oder eher ganz grosse Unternehmen? Querbeet. Querbeet. Also, wir haben eben Kunden, grössere Kunden, grössere Player, die wirklich das ganze Jahr, wo es dann auch um die personalisierten Geschichten geht, die das ganze Jahr einen gewissen Bedarf haben. Wir haben aber auch zu speziellen Anlässen, also zu Ostern oder Weihnachten, das sind so die, im Schoggi-Wissen natürlich die grossen Events. Dann haben wir auch viele kleinere Firmen, die etwas machen. Ich sage immer, auch von der Preisklasse her sind wir da völlig im normalen Rahmen. Auch wenn wir sicher ein kognisches Produkt auch anbieten, und darum ist es auch ein Produkt, das dann je nachdem auch in verschiedene Industrien passt. Und man hat ja die Möglichkeit von der Personalisierung her, es ist unendlich, oder? Das kannst du eigentlich in jedem Bereich, sei es Luftfahrt oder irgendwie, keine Ahnung, eine Zorgungsindustrie. Das ist ja so. Also es ist wirklich so, weil dadurch, dass du das Produkt eigentlich so herstellen kannst, wie es für deine Industrie oder für deinen Bedarf passt, haben wir da natürlich viele Möglichkeiten. Okay, und ich meine, schlussendlich wäre auch Joggi nicht gerne, oder? Es gibt ein paar, es gibt ein paar wenige, aber vielleicht kann man ja dir noch dazu bekehren, dass ich mal etwas sehr wohl gerne habe. Ist es so, dass ihr wirklich rein auf das geht, oder kann man Atimo auch im Einzelhandel irgendwo erwerben? Nein, es ist eigentlich nicht unser Ziel. Also wir haben gewisse Anlässe, wir haben einen Online-Job, wo man zu gewissen Anlässen wirklich auch unsere Boxen dann kaufen kann. Wir haben jetzt gewisse Zusammenarbeit mit einem grossen Schweizer Lebensmittelhersteller, der jetzt noch nicht spruchreich ist, aber wo wir dort ein Projekt zusammen umsetzen, was dann im offenen Verkauf stattfindet wird. Aber wir wollen schon unseren Kunden auch mit unseren Produkten eine gewisse Exklusivität geben. Das heisst, wenn du jetzt eine Firma hast und dem Kunden ein Geschenk gibst, dass er das nicht einfach im nächsten Shop um eine Ecke kaufen kann, sondern dass die Wertschätzung natürlich auch, die im Produkt auch liegt oder die Gedanken, die du dir vielleicht gemacht hast, die auch entsprechend dem Kunden ankommen. Also unser Ziel auch längfristig eigentlich wirklich in dieser Nische ein bisschen reinbleiben, aber dort halt top sind. Genau. Ich glaube, das ist wirklich unsere Philosophie und unsere Vision, dass wir im B2B sicher noch wachsen und stärker werden. Es hat sich jetzt bestätigt, oder aus meiner Sicht, dass wir dort in einem guten Markt sind. Aber was die Zukunft dann noch bringt, wie sich der Markt anpasst, ich glaube, man muss flexibel und agil bleiben, dass man entsprechend reagieren kann, wenn sich wie durch Corona z.B. gewisse Kaufentscheidungen oder Märkte ändern, dass man die Anpassungsfähigkeit einfach bleibt schlussendlich. Einfach immer vorbereitet zu sein auf das Unvorhersehbare. Eigentlich kann man etwa so sagen. Jetzt ist es so, dass ihr nur in der Schweiz operiert momentan oder hat man das Geschäft auch schon ausgeweitet auf Europa oder sogar weltweit? Ich muss bewusst sagen, wir wollen eigentlich vor allem im Schweizer Markt bleiben. Es war aber so, dass wir gerade im letzten Jahr in neun Ländern geliefert haben. Das war eigentlich nicht unser Ziel, aber das ist so ein bisschen im B2B von Geschenk zu Geschenk. Und dann werden Leute auf uns aufmerksam, die das vielleicht im Ausland geschenkt bekommen haben, die dann sagen, wir würden das aber gerne für uns auch haben. Und so ist das entstanden. Das sind jetzt nicht Märkte, wo wir proaktiv bearbeiten oder sagen, das ist ein Portfolio, aber ich liebe das langsam an. Wie eine gute Schocke machen braucht auch Zeit. Und so wollen wir es eigentlich auch mit dem Markt machen. Und unser Hauptfokus ist eigentlich schon die deutschsprachige Region. Aber eben, es kommt dann immer ein bisschen auch das Produkt, das Projekt ansteht. Also man sagt jetzt nicht einfach so blauäugig irgendwie, wir gehen jetzt auf Asien und rühren dort unser Produkt eigentlich im Markt rein, weil Schweizer Sachen kommen dann schon irgendwie gut an. Ja, es hat vielleicht etwas. Aber ich glaube, wenn man etwas professionell machen und gut machen will, dann muss man es auch Schritt für Schritt machen. Und ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn man jetzt einfach auf 20 verschiedene Märkte gehen würde und darunter Produktqualität leiden würde. Und das ist eigentlich unser das wichtigste Credo eigentlich, dass die Qualität so bleibt, wie sie ist. Und das ist das, was das Produkt auch ausmacht. Und wenn es dann halt einmal ein Jahr etwas länger geht oder etwas längsamer, dann nehmen wir das so mit. Aber wir machen alles aus Überzeugung und Leidenschaft. Und das ist vor allem wichtig. Und darum sind wir jetzt mal in der Schweiz der Hauptfokus. Und alles andere, was dann entsteht, muss man dann wieder neu beurteilen. Okay. Ich finde es wirklich schön, wenn man heute in dieser schnelllebigen Zeit sagen kann, nein, wir nehmen uns lieber diese Zeit und machen es einfach richtig, dass es hundertprozentig verhebt. Ich glaube, es gibt viele Leute, die halt irgendwie nicht mehr so denken, sondern einfach immer nur Wachstum, Wachstum, Wachstum raus schiessen, überall. Es ist schade, ja. Das ist so, auch gerade im Bereich Schokolade. Das ist auch wieder so etwas, was den Geschmack anbelangt. Wir haben auch gesagt, wir wollen keine Abschritte in Qualität und Geschmack machen, nur weil wir dann günstiger und schneller in Massen produzieren können. Das sind aber alle Themen, die dann zusammenhängen. Aber das ist, wie du richtig sagst, eine Philosophie, die dann in allem verfolgt werden muss, schlussendlich. Okay. Wenn ich jetzt als Digital Agency zu dir sagen würde, wir sind ein kleiner Betrieb, sechs Mitarbeiter, was würdest du uns für ein Produkt empfehlen? Oder was würden die für uns herstellen? Es kommt ein bisschen darauf an, was ist der Zweck, was willst du damit machen? Ist es zum Beispiel eine Marketingaktion? Ist es ein Giveaway? Hat es ein späthänderes Jubiläum, ein 10-jähriges? Okay. Wir sagen mal, wir haben jetzt unser einjähriges Jubiläum. Das steht bald an. Und das geht einfach an Kunden aus. Dann würde ich sicher mal in unsere Boxen von der Grösse her was euch auch entgegenkommt, von der Struktur her. Wollt ihr mal zeigen, was wir vielleicht auch in der Vergangenheit gemacht haben? Es ist eigentlich bei uns immer so, dass wir dann drei Fortschläge machen unseren Kunden, wo sie dann in die oder in die andere Richtung setzen gehen. Meistens digital, bevor wir dann auch ein Beispiel machen. Und eben, ihr seid ja auch eine sehr kreative Agentur. Von dem her würden wir da sicher etwas finden. Ich glaube auch, da würden wir sicher etwas Gutes finden. Gut. Und für die Zuschauer, falls ihr jetzt für euren Betrieb oder sonst irgendwo gerne etwas mehr Informationen zu Attimo hättet, könnt ihr natürlich gerne eure Website anschauen. Attimo.ch Was ist das? Attimo-chocolate.ch 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 Es gibt wirklich mega coole Sachen. Schaut euch durch. So. Wir sind auch schon bald bald wieder am Ende der heutigen Episode. Gibt es irgendetwas, was du den Leuten gerne noch auf den Weg geben würdest? Oder vielleicht einen Tipp für einen jungen Unternehmer, der in einen ähnlichen Bereich würde rein starten, wie du das gemacht hast? Ja, ich sage immer, die Leidenschaft ist eigentlich das Wichtigste. Freude an dem Produkt und die Freude fördert auch ein bisschen das Interesse. Und aus dem Interesse sieht man dann plötzlich den Markt, der auch interessant ist. Und einfach versuchen Freude zu haben. Leidenschaft mit Energie. Sich austauschen ist wichtig mit Leuten, die vielleicht ein anderes Produkt machen, aber einen ähnlichen Weg. Und das bringt einen immer weiter. Und so ist man glaube, egal ob das dann positiv rauskommt oder nicht, man gewinnt eigentlich nur schlussendlich. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp, den ich mitnehmen würde. Okay. Das sind wunderschöne Schlussworte. Ich glaube, kann sich jeder ganz egal in welcher Industrie, in welchem Business er jetzt tätig ist. Ja, danke dir vielmals hast du teilgenommen. Lassen dich natürlich immer wieder gerne zu uns ins Büro ein, wenn du auf ein Käferli willst kommen. Bis dahin, für eure Zuschauer. Abonniert uns auf YouTube, LinkedIn und auf Instagram, damit ihr auch keine Folge verpasst. Wenn ihr Schocki wollt, wisst ihr jetzt auch, wann ihr euch melden müsst. Und das wäre es wieder gewesen von den heutigen Episoden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. 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 Bis bald.